hallo es soll in diesem kurzen video noch einmal gehen um das thema p versus np also als abschluss unserer diskussionen zum thema np zu dieser wichtigen komplexitätsklasse noch mal wollen wir klären wie verhält sich das eigentlich zu anderen klassen was wissen wir da was wissen wir nicht wie ist es auch mit co np np space die da noch so in der umgebung zu finden sind was kann man darüber sagen und was kann man eben heute doch nicht darüber sagen herzlich willkommen zurück mein name ist marcus krösch und dies sind weiterhin die videos zum thema theoretische informatik und logik an der t u dresden im übrigen natürlich nicht nur für die t u dresden ich freue mich auch immer über rückmeldungen von anderswo ich freue mich auch über rückmeldungen von der den studierenden der t u dresden natürlich vielen dank für die kommentare die sie mir so schicken aber auch über alle kommentare die ich bekomme von anderswo und von außerhalb und feedback was auf diesem wege auch natürlich gerne hier mit einfließen kann wenn sie nicht in dresden sind und sie interessieren sich für diese themen wir haben auch interessante masterstudiengänge wir haben eine menge programme im angebot die sich auch noch vertiefen im bereich theoretische informatik grundlagen der informatik auch logik da kann man sich vielfältig betätigen und auch viele interessante projekte mitgestalten schauen sie es mal an vielleicht wollen sie ja auch mal das ganze hier vor ort hören okay p versus np hatte ich versprochen sie wissen schon im wesentlichen ist diese frage natürlich ungelöst ja also dass die große offene frage der informatik wie manche sorgen p versus np ist das nun die gleiche klasse oder nicht es ist erstaunlich schwer da fortschritte zu erzielen obwohl einige fortschritte gemacht werden über die jahre man kommt so langsam voran man hat auch schon vieles verstanden auch in den in der aktuellen zeit noch entwickelt sich dieses gebiet weiter intuitiv kann man das so darstellen wie hier gesagt wenn es einfach ist eine mögliche lösung für ein problem zu prüfen ist es dann auch einfach eine zu finden wir wissen diese intuitive formulierung lässt sich technisch unterlegen wir haben die idee der polinomien verifikaturen eingeführt das ist genau diese so ein algorithmus der eine lösung prüft in kurzer zeit und natürlich scheint es uns als menschen oft klar zu sein dass es nicht so leicht ist die lösung zu finden wie die lösung zu testen zu prüfen und die übertriebene formulierung davon auch hier von widgets ist ein creativity be automated ja wer kann man das finden gute ideen was eben häufig nötig ist um eine gute lösung zu entdecken automatisieren so dass man in kurzer zeit auch zu dieser lösung kommt und ja wir erwarten das irgendwie nicht aber es ist nichts was nicht so richtig belastbar ist verfügbar was uns das klar mathematisch beweisen sollte seit über 40 jahren ungelöst und auch heute noch mit einem stattlichen preisgeld von eine millionen us dollar versehen für denjenigen oder diejenige die das zum ersten mal löst es stellt sich natürlich heraus wie bei vielen solchen lang stehenden problemen dass die lösung in vielen kleinen schritten erfolgt und vermutlich irgendwann zwar der durchbruch gelingen kann aber das natürlich erst nach vielen zwischenergebnissen passiert irgendjemand wird dann der oder die glückliche sein das endgültige problem gelöst zu haben momentan fehlt uns dazu aber sicherlich noch einiges an handwerkszeug okay die frage die man sich trotzdem schon stellen kann auch wenn man das problem selbst noch nicht gelöst hat ist welche konsequenzen es denn hätte wenn die lösung in die eine oder andere richtung ausfallen würde zum einen können wir die etwas unwahrscheinlicher erscheinende möglichkeit betrachten dass tatsächlich np probleme die allesamt in polenomierer zeit lösbar sind dann wäre p gleich np wenn das so wäre würden noch andere dinge sich stark vereinfachen und vieles von dem was wir hier definieren wäre nicht mehr nötig wir hoffen sehr dass das nicht passiert denn sonst müssen wir alle unsere vorlesungen umstellen weil einige der definitionen und grundlagen die wir hier erklären dann unerheblich werden zumindest für den engen bereich p und np es gibt natürlich noch eine menge anderer komplexitäten wo man trotzdem die ähnlichen methoden brauchen wird eine konsequenz zum beispiel die wir erkennen ist dass np in diesem fall mit q np zusammen viele sie erinnern sich q np die komplementärklasse für np die klasse aller der probleme bei denen man eine negative antwort also eine nein antwort mit hilfe einer kurzen lösung schnell verifizieren kann warum steht hier fällt das zusammen können sie mal kurz darüber nachdenken ja naja wenn p gleich np ist dann ist natürlich q np gleich q p und q p und p sind ja das gleiche und weil weil p unter komplement abgeschlossen ist natürlich das heißt also q p wäre dann p und dann hätten sie also p gleich q np gleich np und ja alles fällt zusammen okay das ist also klar die zweite erkenntnis ist jedes nicht triviale problem in p wäre np vollständig nicht trivial heißt ja einfach das problem sollte nicht immer die antwort ja liefern und nicht immer die antwort nein also wir schließen die lehre sprache und ich spreche aller wörter aus alle anderen probleme sind nicht trivial selbst wenn sie sehr leicht zu lösen sind und alle diese probleme wären jetzt plötzlich np vollständig warum wäre das so wenn p gleich np gilt die dürfen übrigens natürlich wie immer das video kurz anhalten wenn sie mal ein bisschen grübeln wollen ich sage ihnen die antwort naja der grund ist einfach der dass np vollständigkeit enthalten sein in p ist klar in np ist klar dieser teil der np vollständigkeit gilt automatisch wenn etwas in p ist und die beiden klassen zusammenfallen np schwere würde sich aber auch ergeben weil wir np schwere ja darüber definiert haben dass es eine polynomielle reduktion gibt von jedem beliebigen problem auf das schwere problem das sogenannte schwere problem aber in diesem sinne ist jedes nicht triviale problem bereits schwer selbst wenn es viel einfacher ist als polynomial zeit zu um es zu lösen ganz einfach deshalb weil wir mithilfe der reduktion selbst jedes problem lösen können ja jedes beliebige np problem wäre ja ein p problem das heißt jede beliebige fragestellung können wir in polinomierer zeit lösen das heißt wir können die polinomierer reduktion benutzen um die lösung zu berechnen ja oder nein und entsprechend dieser lösung können wir eine instanz eines beliebigen nicht trivialen problems auswählen sofern dass da mindestens eine ja und eine nein instanz gibt können wir diese als zielwert verwenden für die reduktion das heißt die reduktion würde das problem einfach nur auf einen von zwei möglichen werden reduzieren und damit direkt lösen alles wäre np vollständig damit wäre also der begriff np vollständig uninteressant in dem sinne wie er hier definiert ist und könnte auch wegfallen genauso natürlich wie der begriff np selbst wenn er koinzidieren würde mit p in gewisser weise kein so interessanter wäre ok das also die möglichkeiten wenn die beiden gleich sind das erwarten wir eher nicht die andere möglichkeit ist dass die beiden ungleich sind das ist das was die meisten menschen und die meisten auch forscher forscherinnen in dem bereich erwarten da gab es auch umfragen die das bestätigt haben das ist also nicht nur so gesagt es ist tatsächlich so dass die meisten das erwarten auch da folgen eine reihe von dingen falls p nicht gleich np ist dann ist auch p nicht gleich q np warum gilt das naja das ist vielleicht am leichtesten zu sehen wenn man kontrapositiv herangeht und angenommen p wäre gleich q np dann hätten sie ja eine situation die ganz analog ist zu dem was wir hier haben mit p gleich np und könnten auch folgern dass np und q np gleich sind und damit wäre dann auch p gleich np das heißt also das würde die vorbeannahme wieder legen also p muss dann auch ungleich q np sein ok l müsste ungleich np sein logarithmischer platz logarithmischer speicher deterministisch müsste ungleich zu np sein warum das naja da müssten sie sich überlegen wie die komplexitätsklassen die wir besprochen haben angeordnet sind ja l ist kleiner als n l ist kleiner als n p ist kleiner als p ist kleiner als n p also das waren so diese die kette wir wissen nicht ob wir diese kleiner beziehungen kleiner als beziehungen wirklich strikte kleiner als beziehungen darstellen aber wir wissen dass das die hierarchie ist und wenn also schon p ungleich np ist und p selbst aber l enthält dann ist auch l ungleich np ansonsten wenn l gleich np wäre dann würde das auch p zwingend gleich zu sein der dazwischen liegt als klasse p ungleich p space das ist jetzt leicht nachdem ich das vorige erklärt habe genau gleiches argument p space ist größer als np also np liegt zwischen p und p space und wenn die beiden gleich wären dann müsste auch p gleich np sein darf also auch nicht gelten also das heißt es würde eine menge interessanter konsequenzen haben und sie sie ahnen schon dass hier sind schwächere aussagen ja ist alles ist alle das ist bisher nicht bekannt aber l ungleich np zu zeigen ist weniger schwer oder sollte ist weniger stark als aussage als p ungleich np zu zeigen wäre also vielleicht gut wenn jemand erstmal das schaffen würde oder das und dann sich auf bevor wir uns auf das konzentrieren vielleicht okay und vierte möglich vierte erkenntnis kein np vollständiges problem ist in p das ist auch interessant ja also wenn die beiden ungleich sind dann heißt es insbesondere dass die np vollständigen probleme nicht in poinomierer zeit lösbar sind und das ist in gewisser weise natürlich die motivation warum wir np vollständigkeit so oft untersuchen denn es ist sozusagen die nächste annäherung zur aussage dieses problem ist nicht polinomierer lösbar unter der annahme dass die beiden klassen nicht gleich sind was die meisten menschen glauben ist das ein beweis dass das problem nicht polinomierer lösbar sein wird warum ist das so ja auch hier können wir wieder umkehren wenn ein np vollständiges problem in p lösbar wäre dann könnten wir alle np probleme darauf reduzieren in polinomierer zeit dann hätten wir ja alle np vollständigen probleme in polinomierer zeit gelöst und damit wäre p gleich np was hier nicht angenommen wird okay also sie sehen wir können viele dinge ableiten aus dingen die wir vermuten auch wenn wir sie noch nicht beweisen können gibt es uns eine gewisse art von von weiterer erkenntnis dann okay es ist allerdings so dass es auch noch schwieriger fragen gibt also ich hatte schon gesagt l ungleich np wäre eine leichtere frage die man vielleicht vorher klären sollte aber es gibt auch fragen die noch schwerer sind die selbst dann wenn irgendwann jemand beweisen sollte dass p ungleich np ist immer noch offen bleiben könnten ja und da das da gibt es einige zum beispiel die frage ob p gleich q np ist also ist np unter komplementen abgeschlossen ähm falls es wir könnten das auch so formulieren dass wir sagen falls es für die lösbaren instanzen eines problems kurze zertifikate gibt also polinomierer verifizierbarkeit gegeben ist gibt es dann auch immer kurze zertifikate für die unlösbarkeit von instanzen die meisten glauben das auch nicht wobei ich da keine umfragen kenne ähm falls das nicht der fall sein sollte also falls das tatsächlich nicht gelten sollte dass kurze äh kurze äh zertifizierbarkeit auch äh kurze ablehnbarkeit sozusagen polinomierer ablehnbarkeit impliziert ähm dann würde daraus folgen dass p ungleich np ist also mit anderen worten wenn diese frage in der version in der art gelöst werden könnte die wir erwarten würden wir auch indirekt die andere frage mit lösen das heißt das ist noch noch schwerer ja ähm während umgekehrt nichts zu folgern ist also es könnte beides sowohl gleichheit als auch ungleichheit könnte gelten selbst wenn die beiden ungleich sind ok also das eine schwerere frage ist np dasselbe q np und noch äh äh schwerer ist die frage ist p gleich der schnitt von np und q np also ähm so wie wir es uns zurzeit vorstellen ist es ja so dass np über p liegt und q np in gewisser weise unvergleichbar ist mit np also auch q np liegt über p q np und p enthalten q np und np enthalten beide die polinomiellen probleme p aber enthalten zusätzlich noch äh unterschiedliche probleme die nicht die gleichen sind aber der schnitt der beiden np und q np enthält sicherlich p ja aber enthält vielleicht auch noch mehr und die frage hier ist also ist das genau p oder gibt es noch mehr probleme im schnitt die nicht in p sind aber trotzdem im schnitt der beiden vorkommen wo man also sowohl das enthalten sein als auch das nicht enthalten sein zertifizieren kann die frage also wenn ich das gleich die gleichheit vermute dann würde die frage lauten falls es für die lösbarkeit und für die unlösbarkeit eines problems kurze zertifikate gibt ist das problem dann effizient lösbar ein bisschen das ist sehr schwammig hier lösbarkeit und unlösbarkeit eines problems ja also natürlich meine ich hier die instanz eines problems das konkrete gegeben vor uns liegende problem nicht das das theoretische problem was als formale sprache definiert dann wäre lösbarkeit und lösbarkeit eher sowas wie entscheidbarkeit das meine ich ja nicht ja also verstehe mich okay also ist das reicht das aus für effiziente lösbarkeit auch das glauben die meisten experten nicht ähm wir haben probleme gesehen die sich so verhalten ja sie erinnern sich die faktorisierungsartigen probleme wenn wir faktorisierung von zahlen betrachten die haben die eigenschaft dass tatsächlich mit der kenntnis der faktoren der primfaktoren ich entscheidungen treffen kann und zwar sowohl im positiven als auch im negativen wenn man die faktoren hat dann sind die ein zertifikat dafür dass zum beispiel die letzte ziffer eines primfaktors die sieben ist oder eben bei keinem der primfaktoren eine der letzten ziffern die sieben ist das wäre also ein ein fall wo wir ein problem haben was in np liegt und in q np wo aber bisher niemand sieht dass das in p liegen könnte ähm okay das ist also eine sehr schwere frage falls die antwort hier nein lautet falls die beiden also ungleich sind dann folgt auch wieder das p ungleich np ist ja also wenn schon der schnitt nicht gleich ist also wenn schon p echt kleiner ist als dieser schnitt dann ist auch sicherlich echt p echt kleiner als np das ist einfach mengenalgebra ähm andererseits falls die antwort ja lautet falls also das gleich sein sollte ähm und trotzdem wie alle erwarten p ungleich np sein sollte dann folgt auch dass p np ungleich q np ist das heißt das dann löst das die obere frage sie sehen also das wäre in gewisser weise noch schwerer äh zu beantworten und löst noch mehr auf einen schlag oder sitzt breite zumindest die lösung dann auch vor okay also ähm man kann noch mehr in die äh ins detail gehen und äh wichtige eine wichtige erkenntnis die da gewonnen wurde über die möglichen situationen die sich da ergeben könnte ist ähm der sogenannte satz von latner den ich ihnen noch mal kurz erklären will ohne dass ich ihn hier beweise dafür werden die vier folien etwas zu knapp das gibt es in fortgeschrittenen kursen äh hier in dresden complexity theory ist das wo wir das machen sehr schöner sehr interessanter beweis aber ein bisschen äh aufwendiger satz von latner worum geht es da naja nachdem was wir jetzt diskutiert haben gibt es ja eigentlich drei mögliche welten erste möglichkeit p ist gleich np in diesem fall wäre jedes np vollständige problem in p klar zweite möglichkeit p ist ungleich np das dann wäre kein np vollständiges problem in p das heißt die np vollständigen probleme wären alle außerhalb von p aber in np da gibt es aber zwei unterfälle zwei möglichkeiten die erste möglichkeit wäre es gibt alle np probleme die nicht np vollständig sind liegen auch in p also das heißt äh es gibt die np vollständigen die alle nicht in p liegen aber alle anderen probleme in np die würden auch gleichzeitig pointe melanchter sein und die zweite möglichkeit ist es gibt probleme dazwischen es gibt probleme die nicht np vollständig sind aber die dennoch nicht in p liegen das wäre also die andere möglichkeit also ich weiß es gibt diese beiden klassen p und np vollständig die irgendwie nicht die gleichen sind das wäre klar aber die frage ist gibt es dazwischen noch etwas das wäre 2b und oder gibt es da nichts das ist 2a und was jetzt latner gezeigt hat richard latner hieß und heißt der gute mann ähm da ist das der fall 2a unmöglich ist satz von latner hieß ist falls p ungleich np ist dann gibt es probleme in np die weder np vollständig sind noch in p liegen und solche probleme nennt man dann auch np intermediate ähm also die dazwischen liegen denn und das ist ganz interessant ja also wir erwarten ja alle dass das so ist ja p ist wahrscheinlich ungleich np so denkt man zumindest aber was latner zeigt ist schon Und vorauseilen, falls das irgendwann mal bewiesen wird, dann ist damit auch bewiesen, dass es Probleme gibt, die dazwischen liegen, die weder in Poinomierer Zeit lösbar sind, also wo ich mehr als Poinomierer Zeit brauche, aber die auf der anderen Seite nicht NP-vollständig sein können. Und das ist nicht so einfach zu verstehen, wie das sein kann, weil das erstmal nicht intuitiv erscheint. Also viele Probleme, die wir in der Praxis treffen, sind entweder leicht, dann habe ich einen Poinomierer Algorithmus oder sie sind schwer, können natürlich noch schwerer sein, aber wenn sie schwer sind und in NP liegen, dann finden wir meistens nach relativ kurzer Zeit und gründlichem Überlegen, dass sie auch NP-vollständig sind. Das heißt, in der Praxis neigen die Probleme, die wir antreffen, dazu, entweder nach oben zu rutschen oder nach unten. Ganz wenige Probleme sind Kandidaten für diese Mitte und das ist etwas unintuitiv, weil man ja erwarten würde, dass es da irgendwie was gibt. Aber vielleicht gibt es gute Gründe dafür, dass die nicht so oft in der Praxis auftreten. Da gibt es auch einige mathematische Gründe, die das vielleicht untermauern. Es gibt also nicht viele Kandidaten. Ein paar gibt es. Also Faktorisierung ist ein bekannter, den hatte ich jetzt gerade schon erwähnt. Faktor 7 und ähnliche Formulierungen können da verwendet werden, wo man die Primfaktoren kennen müsste. Und die aber nicht NP-vollständig zu sein scheint. Und ein anderes Problem aus diesem Bereich ist die Frage, ob zwei Graphen isomorph sind, also gleich bis auf Umbenennung von Knoten. Das ist auch nicht einfach zu berechnen, aber es scheint einfacher zu sein als NP-vollständig. Okay, gut. Das ist also die Situation, mit der wir uns abfinden müssen für den Moment. Vielleicht erleben wir ja noch, dass das noch ein bisschen aufgeklärt wird, dass die Dinge noch klarer werden. Dann müssen wir auch alle unsere Vorlesungen ein bisschen umstellen. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Okay, das war es für NP. Damit haben wir eine Menge Dinge gelernt. Wir haben verschiedene Probleme gesehen, von Klick bis Rucksack, die in NP-vollständig sind. Wir haben über Pseudopolynomialität gelernt und wir haben jetzt noch verstanden, wie P, NP, Q, NP so grob zusammenhängen und was man darüber sagen kann, ungeachtet unseres weitreichenden Unwissens auf diesem Gebiet, was immer noch ziemlich groß ist heutzutage. 2021, muss ich sagen, wenn ich das Video mache. Okay, wie geht es weiter? Wir wollen jetzt das NP-Gebiet erstmal abschließen. Als nächstes werde ich über NL nochmal sprechen, nicht deterministischen logarithmischen Speicher und dann auch nochmal über höhere Komplexitäten, P-Space und so weiter, jenseits von NP. Denn die trifft man durchaus auch in der Praxis. Es ist nicht so, dass praktisch schwer immer heißt NP. Es gibt auch viele Fälle, in denen wir noch höher greifen müssen und trotzdem noch praktisch Probleme lösen wollen. Und das auch gelingt, ja, mit guten Algorithmen und ein bisschen Glück. Okay, das soll es für jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.